2. 5. 5. 5. 5. So, zum letzten mal sind wir hier bei Hype Fighting Championship Part Nr. 2. Neben mir steht der frischgebackene Europameister, Konkret Relations Leeroy Kessner, 2-year-Viktory. Es scheint, es war ein leichter Kampf. War es wirklich einfach? Es war kein leichter Kampf, weil er einen schweren Kampf hatte. Ich weiß, wenn er mich auf der Knie schlägt, werde ich schlafen. Aber ich musste meine Hände aufhalten. Und ich weiß, dass er nicht die Low-Kicks blockt. Also, ich mache hohe Low-Kicks. In der ersten Runde hast du ihn unterbrochen. Was das für dich der Punkt? Ich habe ihn gebeten. Ich habe ihn gebeten. Es gibt nichts, was er gegen mich kann. Nein. Wenn du in eine Kampfstelle fielst, hast du selbstwirkend. Du denkst nicht über die Lose. Ich schlafte ihn mit dem Kopf und sah ihn auf meine Low-Kicks. Ich habe ihn gebeten. Ich habe ihn ein paar Sekunden gebeten. Es gab ihn ein paar Sekunden. Dann habe ich hoch. Und er hatte er das. Er lag in meine Kicks. Ich habe viele Punkte gemacht. War es die richtige Strategie, um die ganze Distanz zu gehen? Oder war es ein besseres Ergebnis? Ein Knack-Out ist immer besser. Aber man kann es nicht vor dem Kampf sagen. Ich wusste nicht, dass ich ihn mit einem Kack geschlagen habe. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Es passiert. Letztes Jahr gewandt du das K1-Max EUROPEAN TOURNAMENT. Du reist in Japan. Was war das Jahr? Wir haben keine Leroy Kastner in Japan gesehen. Nein, ich hatte ein paar Probleme mit mir. Warum habe ich nicht so viele kämpft. Aber jetzt bin ich zurück. Die ganze Jahre sind voll mit den Kampf. Wir sehen uns Leroy K1-Max EUROPEAN TOURNAMENT. Die Showtime-Series von Simon Roths. Nein, ich habe nichts gehört. Er wird eine 70kg-Tournament-Serie machen. Ein bisschen wie K1-Max EUROPEAN TOURNAMENT. Ja, das habe ich gehört. Aber er kam mir nicht, um einen Kontrakt zu verabschieden. Also muss ich warten. Ich hoffe, er wird mit dir kommen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass ich dich bald sehen werde. Danke.